Willkommen zurück zu Dead Rising 2. Jawoll. Und wir killen jetzt ein paar Psychos. Ja, wir versuchen zumindest. Genau. Klappt zwar wahrscheinlich eh nicht. So, wo war der Typ jetzt? Ähm, warte. Da ist Johnny. Ja, genau. Ey, du Bienen hat ja Klumpen da oben. Jetzt halt doch mal die Fresse. Willst du mal einen Headshot haben? Doch, gerade durch. Dann rechts die Treppe rauf. Was, hier? Jo. Und dann kann ich da den Rackwerfer bauen? Ja, mich auch. Du bist schon wieder auf was Matsche. Nee, halb voll, Mann. Halb voll. Jawoll. Warte mal. So. Ich hab noch einen Kuchen mit. Das passt. So. Yeah, Baby. Warte, warte. Geh du erst nach hoch. So. Voll nett. Jetzt kommt sein Vater. Ja. Oh, Mutschka ruft an. Da komm ich jetzt nicht. Weißt du, ich nehm jetzt auf und man wird Livestream. Und die so helft mir. So, weil wir treffen, das lernen wir nochmal, ne? Ja, die gehen in alle Richtungen. Ja, die sollst du doch nicht schießen. Oh. Ja, jeha, je. Halt's Maul, Mongo. Wir sterben. Warte. Oh, sauber. Jawoll. Boah, Level ab. Dreck mehr voll Energie. Geil. Jetzt hab ich den Defiler bekommen. New Skill Move. Hier, nimm du, nimm du die Sniper Waffe. Dann ballern wir den anderen jetzt zusammen in die Fresse. Jo, nochmal speichern? Ja, ja, normal. Ich hab keinen Bock nochmal den Typen hier zu klatschen. Äh, wie macht man das mit dem, ähm, Super Move? Super Move? Springen und linke Maus hast du gedrückt halten. Achso, er wird jetzt grad angezeigt. Im Ladebildschirm. Voll geil. Bam. Was ist eigentlich mal mit Zombrex für die Klee, ne? Das dauert noch. Ach ja, die hat ja sowieso irgendwie einen Anfall gekriegt beim letzten Mal. Aber sie wird schwächer. Hoffentlich können wir sie noch retten. Der ballert jetzt schon mal auf uns. Wo ist er? Da ist der Rig. Na, auf dich ballert der nur. Keine Angst. Hm, bestimmt, ey. Boah, geil. Schnell, lauf! Boah, der hat an den Kopf weggeschossen. Und noch einen. Speichern, jawoll. Boah, ist bestimmt ein Killerspiel, Spieler. Ja. So, wo ist der jetzt? Hast du einen Bohrer in der Hand? Ja. Na, Türk, Mann. Ja, genau, da oben ist er. Ja, ich seh. Ich glaub, man ist da oben. Aua. Lass mal eben die Wespe raus. Die beschützt uns. Ich hab Hunger auf Kuchen. Oh, oh, ich glaub, der trifft mich jetzt. Schnell weg. Los, Wespe. Ich schieße in die Eier. Na, Wespe war zu langsam. Ey, ich hab nur noch zwei Herzen. Siehste? Die liegen überall die grünen Dinger. Irgendeiner spuckt die aus oder er schießt die auf uns. Keine Ahnung. Ja, stimmt. Ich hab wieder. Headshot. Mal komm, Wespe. Lamp. Nein, 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 nein. Boah. Ich treff den nicht. Scheiße, ich hab nur noch ein Herz. Oh. Warte, wo bist du? Hier. Und jetzt geb ich dir den Kuchen. Jawoll. Wo lieg die Waffe. Ja, genau, der hat direkt wieder auf mich geschossen. Und jetzt bin ich auch wieder Matsche. Na, verdammt. Ey. Oh, falsche Richtung. Wo ist der Derrick? Nein. Schon wieder? Mhm. Das ist doch voll der Drecksack, ey. Ohne Kacke. Ich hab jetzt nur nichts mehr zu essen mit, glaub ich. Naja. Jawoll, weg ist er. Äh. Guck mal in den Müll oder so. Wie vorne liegt er, da liegt auch. Ey, was ist das für eine grüne Kacke? Ich weiß es nicht. Ich glaub, die haben, äh. Upgrade gekriegt. An neuen Ausfluss. Genau. Lichter Müll. Seitdem ich mal angebrochen. Gibt hier die ganze Zeit noch ein Ding ins Ruhm? Ne Bier, auch ne Königin? Kann sein. Stich die da immer alle? Ja. Mist, ich glaub, aus der Entfernung krieg ich keine EP davon. Das ist Wingman. Ey. Ach, hier ist ein Geschäft. Bin sofort da. Jo. Ich bleib hier liegen und chill ne Runde. Ey, hier ist noch einer. Genau, Dietz. Wie, noch einer? Ist immer gut jetzt. Wir haben schon drei platt gemacht. Gib es doch nicht. Vor allem nicht gucken. Ja, genau. Oh, oh. Du bist auf der Stutsche. Jetzt bist du auch tot, pass auf. Ich komm nicht zum Geschäft. Oh, nein. Ne, das überlebe ich nicht. Ich komm hier nicht hoch, pass auf. Ja, war klar. Tot? Ne, noch nicht. Bei mir hast du gar nichts mehr in der Leiste. Boah, die Wespe gibt immer noch Gas hier. Ja, aber ist doch fertig. Ich hab gesehen, dass da einer geschossen hat. Also, meine rote Leiste ist gleich weg. Oh, meine jetzt. Aber ist doch gut, wir haben doch direkt da gespeichert. Ja, ich muss jetzt nur nochmal raus, ne? Ja, müssen wir nur gucken, dass wir da nicht wieder vor Räcken. Ich mein, leichter gesagt, ne? Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Schuss ich noch hab. Mit meiner, ach so, ja okay, jetzt hab ich ja wieder genug. So, ich bin drin, ne? Wieso hab ich... Hä, wieso hab ich denn noch einen Trank? Warum hab ich denn noch Orange Juice? Zwei Stück? Hä, wie geht dat denn? Und ich bin voll. Cool. Und, kommt was? Komm, was? Komm, was? Ja, it is. It is. Nein! Boah, fail. Boah, boah, boah. Ich hab jetzt fast eine Anfrage angenommen. So, jetzt ist sie da. Was ist jetzt hier eine Freundschafts-Anfrage? Hab ich jetzt fast angenommen. Oh, ich will keine Freunde haben. It is? Ja, it is. Meb. So, vor Plü ist alle. Vor Plü, ja, dann kommt ja gleich der Große. Nö, gleich gibt den noch. Wie, jetzt kommen wieder Error-Action? Error-Action? Ja, 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 bam. Und, geht it? Spiel ein La Dunca annehmen. Ne, krass. Ich guck mal so lange noch ein bisschen in Status rein. Ja. Ich kriege einen Anruf. Oh, ist schon soweit? Ne, verifying game information. Ne, jetzt kommt wieder Error 100 Pro. Das dauert schon zu lange. Ja, Error. Geh auch nochmal raus. So eine Scheiße. Raus aus der Game. Quit. Hat der wieder irgendwas umgestellt an der Grafik hier? Mal gucken. Ich hab mal Story restartet. Hm, okay. Okay. Multisampling achtfach? Ach, das geht nur achtfach. Blur-Effekts macht der immer aus. Warum auch immer. Komisch. Oh. Nein. Mach mal die Aufnahme aus. So, ich bin drin. Nur ne elf Stunden. Wir sollten gleich trotzdem mal zu dem Typen gehen. Hast du Aufnahme ausgemacht? Nein, du? Na ja, mach mal. Der ist bei mir gerade hingeblie... Also abgestürzt hat ich mal. Oh, aufpassen. So, wer ist das? Du hast gerade ein paar Probleme. Derrick. Derrick ist da. Ja, ja, der... Aber weißt du, was geil ist? Ich hab keinen... Kein Dings mehr. Was? Ja, mein... Mein Scharfschützengewehr ist weg. Ach, das ist doch scheiße. Ich kann ihm jetzt nicht auf Fresse hauen. Irgendwie muss man da hochkommen. Warte mal kurz. Äh... Ich geh jetzt da hin. Ist mir kackegal, was der meint. Ich hoffe, die beschütze ich meine Wespe. Oh nein. Ja, du bist fast Crankin-Haus. Ich merk schon. Ich geh mal zur Seite. Ich esse ein paar, ey. Ey, kommt man hier nicht hoch irgendwie? Ja, genau. Der trifft mich vom Dach aus. Ich bin hier fast ganz an der Mauer. Oh, schnell weg. Oh. Hier war ja das Casino. Ey, ist der fertig? Kommt man nicht vom Casino aus da hoch? Oh nein. Ich hab gerade getrunken. Ich geb dir Schrotz zu trinken. Ach, weißt du, was die grünen Dinger sind? Hä? What denn? Larven von meiner Wespe, ne, ne? Ich weiß ihn nicht. Was hast du mir gegeben? Ich hab gekotzt. Echt? Ich hab dir normalen Oraljuice gegeben. Wollt sein nur so aus. Kann auch sein. Ma, der geht mir so auf den Piss, ne? Ja, ich kann den, ich kann den ja nicht treffen. Dann ist er da liegen, der hatte. Ey, das ist doch richtig kacke. Warte mal. Oh, wie mies, ey. Ey, sobald ich den anvisier. Wenn wir jetzt nur mal abkacken, ey, dann gehen wir einfach weg hier. Ja. Wie viel Schuss hast du denn dafür? Einen Schuss noch und ist weg. Jawohl. Schweig an. Andere Seite. Oh nein. Boah. Ne, ich hatte doch noch die Waffe von dem Endboss. Ja, aber wie viel Schuss hat die denn? 30 oder so hatte die noch. Aber die hätte ich dir eigentlich geben können. Hab ich nur verpeilt gehabt. Auf. Ich hab jetzt nur einen Oryx Juice. So, was jetzt? Den Derek oder was? Ne, den machen wir nicht, ne? Ne. Ma. Andere Quests annehmen, warte mal. Wir gehen mir hier gerade voll auf den Sack die Säcke. Stranded Serene. Ja, genau. Töte mich doch. Ich hab nur noch ein Herz. Was machst du denn? Ich wollte eigentlich nur auf die Uhr gucken. Oh nein, nicht hauen, nicht hauen. Boah. Die Sirene gehen wir, ne? Ja. Auf den Weg dahin mal nach Essen gucken. Ja, das wär ja mal was. Ja, zumindest ist jetzt die größte Fläche wieder frei von den Snipern. Das hat ja echt genervt. Ja, wenn man Langeweile hat, ne? Ich geh dann auch immer aufs Dach und snipe alles weg. Das ist nur doof, dass du keinen mehr erkennst von der Höhe. 20 Etagen. So. So, wir sollten aber auf jeden Fall was zu essen mitnehmen. Ja, genau. Dann nehmen wir mal Fisch aus dem Teich. Ja, genau. Das ist bestimmt frisch. Frischer Fisch. Mm, jam, jam, jam. Komm. Ey. Hast du noch die Biene bei dir? Die Königin? Ne, glaub nicht. Oh, hier ist Geld. Geil. Ja, help. Ich geb dir gleich help. Hier ist ein MG. Hä, aber guck mal, so ein komisches. Doch. Ah ja. Die Queen ist noch bei dir. Ah ja, cool. Du hast ein Pet. Da geh ich ja wieder raus. Da geht 500 pro Stich. Boah. Gar nicht krank. So, wo ist die Olle? Aber hier sind dann überall Würmer. Da ist Tammy. Hallo. Tammy. Ohne mehr, Jungfrau. Hallo, Tammy. Hi. Skip. Bam. Bam. To the safe house. Bam. Bam. My name is Tammy. Ist mir doch egal, wie du heißt. Zieh endlich den BH aus. BH ausziehen oder wir gehen einfach wieder. Boah, die Teile. Ich trage dir weg. Nein. Hör auf zu knutschen. Hör mal, ich habe auch Bedürfnisse. Beeil dich. Ich bin direkt hinter dir. Hilfe. Stell dir mal vor, jetzt könntest du doch den Dropkick machen. Ja. Mich dreimal so schwer dann. Go. Ja, jetzt kommen wir da aber auch unversehrt hin. Ja, weil ich auch, du müsstest die tragen und der Sniper dich die ganze Zeit. Ja, und dann lässt du die alle fünf Sekunden fallen. Ja, ist die nachher tot vom Hinfallen. Die hat bestimmt nur das Fischding an, deswegen musst du die auch tragen. Ja, das glaube ich auch. Die kommt nicht mehr in die Unkleide. Aua. Hilfe. Kennst du den Weg dahin? Ich vergesse den jedes Mal. Ach, nee, warte. Wo du das ja gefragt hast. Ach ja, das steht ja da dick dran. Irgendwann mit Plaza war das doch, ne? Ne, wir müssen zum Safe House. Ja, 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 aber meinst du, wo ich gerade hin will? Ja, ich habe gerade die Quest der Getaway. Ja, ich auch. Deswegen gucke ich ja gerade nach dem komischen Eingang. Da ist es doch. Ich werde jetzt in das nächste Quest reingelatscht. Mit so einer Meerjungfrau auf den Arme. Ich werde das noch nicht an. Vielen Dank.